Führerschein 2008-2009 Der digitale Fahrschultrainer Der digitale Führerscheintrainer bietet einen sicheren und entspannten Weg für kontrolliertes Lernen. Mit dem SAD Europa Führerschein kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Die Software führt sicher und komfortabel zum gewünschten Ziel. Für jede Führerscheinklasse sind alle amtlichen Fragen enthalten. Der SAD Europa Führerschein verwendet erstmals keine starren Fragebögen mehr, sondern generiert die Prüfungsfragen immer wieder neu. So sind Sie bestens auch schon auf die neue Führerscheinprüfung am Computer vorbereitet.